hallo und herzlich willkommen zu let's play terraria wir sind jetzt schon ein bisschen weiter mal kurz schon auf die map bis jetzt kam mir jetzt nicht sehr weit ich brauchte brauchen dringend muskete mal kurz schauen es dann noch tiefer runter geht dann gehen wir jetzt in die höhle hier trüben und versuchen unser glück ok nein ihr dreckige zombies hier kommt nicht in mein haus außer ihr zahlt miete dann ist alles okay schnell über die zoll mit rüber ich weiß es ist dunkel aber da können wir jetzt gerade nichts machen da unten werden uns wieder diese scheißwürmer begegnen da bin ich mir sicher und deshalb müssen wir ein bisschen aufpassen da sind wir einmal gewesen naja wir haben mir diese clown dinge dass wir wende hoch und runter klettern können sowas also eher herumhangeln erz scheiß wie ich brauchen wir nach schweiß drauf und dann später so jetzt erst mal schauen glück habt ja ich glaube wir sind richtig ja ja es hört sich richtig an wie hieß dieses zeug der ort ich weiß nicht mehr wie es heißt machen wir jetzt lieber mal kurz weg das ist nämlich böses zeug das zerstört die ganze welt das ist irgendwie aus keine ahnung wie das heißt da ist erz oder gold oder ist das dreckblock naja hier ist ja das kleine anmerkung was ich echt bescheidend finde naja ich wollte das wort jetzt nicht sagen dass dieser hintergrund weiter oben ist eine wand und der hintergrund der jetzt hier ist ist einfach wie es im hintergrund bild hat nichts wirklich mit dem spiel zu tun es ist eine falle oder es ist einfach nur ein fetter stein da steht wer weiß wer weiß so langsam sind wir weiter unten naja hier war glaube ich eine folge wo wir dann aufgehört haben wo dann dieser scheiß ich dachte jetzt gerade ich höre den wurm schon glück gehabt das war es geahnt hässlicher schleim ok da geben wir gleich hin jetzt haben wir uns noch das erste unten und das da oh nein ich höre zombies und diesen wurm und habt ihr nicht nur gehört sondern auch gesehen ah spinnnetze das ist kein schlechtes zeichen oh wie ich diesen wurm hasse wir haben keine fackeln mehr wir haben keine fackeln mehr schnell brauchen fackeln wir haben keine fackeln oh oh der wurm will uns töten die fledermaus auch aber sie schafft es diesmal nicht oh gott was ist denn das für ein erz oh gott du verfickter wurm ähm sorry ja wer würde so einem dreckigen Viech boah kotzt mich dieses Viech jedes Mal ausneuern ah das ist dieses erz da wo wir eh immer wenig haben boah hier ist alles voll mit erzen so komm wir brauchen das erz kam jetzt so rein wieso hoppt jetzt da schon wieder eine fledermaus ich mag diese fledermäusen hier im spiel gar nicht die sind immer so tödlich und wer rechnet schon mit tödlichen fledermäusen ich sag euch eins ich ne so ach man ich bin doch genie da gibt's noch mehr mensch und ein neuer wurm wo ist dieses drecksfisch jetzt schon wieder oh gott die hülle ist ja geil da ist erz da ist erz da oben ist noch erz heilige scheiße oh gott wo ist er so wir haben ihn wir haben ihn da ist leben und geld geld und leben die zwei wichtigsten dinge in dem ganzen spiel obwohl okay nach diesem erzvorfall wenn ich jetzt mal reicht es uns erstmal und wir gehen weiter und versuchen neues silber oder nein platin um ob ja platin wir haben platin gefunden ist ein reich reißen wir zwar nicht aber trotzdem das wasser wüsten sand diese höhle wird ja immer geiler da scheiße ich kann es ich bin nicht so gut in englisch gerade äh cool damit können wir in der nähe gefährliche orte sehen irgendwie sowas also so genau habe ich das jetzt nicht ganz verstanden aber trotzdem gefährliche orte sind doch gut und ein genie bin ich auch ach du kacke echt oh oh wir sterben wir sterben wir sterben ich will den zeder unten auf sind hier noch mehr fledermäuse gehen wir dahin ich höre doch zombies pilz wir menschen lieben pilze oder green mushroom block nach da unten sind piranhas wer hätte damit gerechnet dass in einer höhle piranhas sind oh nein was ist das für ein dreck sich ein skelett was was warum nein nicht wirklich oder da hinten ist ein dungeon sonst hätte ich schon habe ich keine ahnung was das skelett hier sucht du scheiß wir gehen lieber raus aus dem wasser und lassen diese blaue qualle allein wir haben es hoch geschafft wir haben es hoch geschafft schon ersetzen oh gott ist diese höhle geil überall gibt es hier ärzte ok was wissen wir an das ne maus es war ne maus entschuldigung hö hö alter verwalter wo kommt dieses scheiß skelett her das ist ein toten schädel ich glaube von oben wo kommt das fisch her ich bin mir nicht sicher aber ne truhe geil was war das grad für ein bug da oben ist ein herz jawoll wir können unser leben erweitern oh gott wie geil das erste herz in dieser staffel oder wie man das auch let's play sehre oder wie man das jetzt auch nennen will und wer hängt natürlich gleich wieder fest das setzen wir gleich ein wir haben jetzt 120 leben juhu naja was ich rausgefunden habe man kann gerade mal 200 leben glaube ich haben so war es das habe ich bei meinem anderen account rausfinden müssen auf schmerzhafte weise cool wir können das auge von cthulhu herbeirufen ist ja nice alles ausräumen bevor wir noch ertrinken unten ist noch ein töpfchen und wir gehen noch gerne alle aufs töpfchen und wir trinken doch auch alles so gerne zumindest stehe ich so wir sind nicht ertrinken so das ist auch wieder zum ausrüstungs ding ermöglicht die fähigkeit abrutschende wände verbesserte fähigkeit wenn sie mit klettern klaus kombiniert wird das sind die kletter klaus klaus denkst die sind sogar noch verzaubert er wollte die zwei können wir kombinieren dann damit können wir dieses komische auge in riesenform holen nicht sehr gut für uns also halt mit items das machen wir aber erst in der nächsten folge erforschen wir noch kurz oder lang nicht ernsthaft rubine oder sind rubine jawohl wir haben rubine gefunden nice wie hieß dieses zeug hier bei german let's play und so habe ich das gesehen wir können jetzt wende hochklettern also wartet mal ja lol wir können uns jetzt sogar festhalten an den wänden also wir werden eher weniger sterben gut für uns gut für die nicht toten Zombies die uns alle nicht töten wollen ah scheiße wieso habe ich jetzt gerade die Fackel ich habe versucht mit einer Fackel eine Fledermaus zu erschlagen hm hat bestimmt noch keiner probiert so jetzt gehen wir da hin ein Teil von der Fledermaus also mir gefällt diese Höhle immer mehr vor allem wie tief die runter geht nein ich will eine Fackel setzen let all let all wie ich das zeug nur liebe so jetzt können wir noch eine Fackel setzen ach du scheiße ein Monsterschleim ein Monsterschleim heiltrank so das war jetzt gerade eine echt Schwachsinsaktion von mir das werfen wir das werfen wir da runter nach dahinten platin oh nein ein Killerschleim es will uns töten Hilfe wir haben nicht mehr viel leben Schleim 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 wow ich töte dich Schleim Dings oh nein 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 verpiss dich oh fuck fuck es folgt uns es folgt uns es folgt uns es ist es hat es nicht geschafft ein Skelett oder nein ein Skeleton die Dinger sind gefährlicher woher ich das weiß ich weiß es einfach wieso höre ich hier nur noch so gestöhne mit einem Maushand rum verpiss dich sauf ab sauf ab wir haben es getötet wir haben es getötet wir haben es getötet lassen wir jetzt noch das Wasser ablaufen so haben wir mehr Sicherheit schätze ich oder eher weniger ach scheiß drauf ist mir jetzt grad egal ich will hier nicht sterben platin 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 wir haben schon da hinten ist was verreckt auch nö ich will da jetzt echt nicht verdammt auch nö da unten ist schon wieder so ein Schleim ach man darum kommt ein Skelett runter wir töten das wir töten das ja fairness die dreckigen Schleims das Wort Schleims gibt's glaube ich nicht mal oh man oh Gott die Viecher killen mich noch ähm da unten habe ich jetzt was gesehen was ich nicht sehen sollte oh man ich will da jetzt runter irgendwie ok ok ein bürger der vom himmel fällt und das ding verreckt nicht mal nein so viele viecher da seht ihr unten links die pflanzen wir sind in einem ganz neuen wie heißt da unten leuchtet was ich will nicht rausfinden was das ist das system nehmen wir nicht mit haben wir schon genug noch nicht die dinge braucht man irgendwann später ich weiß nicht mehr wann genau oder wofür aber ich weiß noch dass man die braucht bevor die folge vorbei ist kamen wir uns jetzt schnell noch darunter es ist eine blöde idee runter zu graben ich habe keinen lust jetzt noch an diesem fichter zu verrecken cool werden neuen gast und da unten ist im bienenstock nicht nicht wirklich oder oder ist der hammer wir fackeln die gegend ob mit und lol diese biene kann schießen es gibt sogar zum bienengewehr dass man ganz schön spure ich will dieses zeug haben jetzt hänge ich hier fest da schießt irgendwas hoch er kommt schon jetzt schauen wir kurz mal wie viel kohle haben wir dabei acht scheiß drauf auf die kohle haben wir es einsammeln können nein wir konnten es nicht einsammeln auch scheiße so das wasser mit dieser folge ja ok doch noch nicht etwa in der school schauen wir uns kurz mal an konnten wir es einsammeln konnten wir es einsammeln konnten das coole zeug nicht einsammeln ach egal platin wir schauen noch ganz kurz was wir aus platin machen können und noch wir können platin rüstung machen platin uhr und drohen 59 prozent ok das wird unser nächstes ziel sein jawohl damit kann man mit riten meinen da nicht okay dann wo sind sie da die rubine das nein ich will das da 15 brauchen wir noch ein paar wenige geht das war es damit der folge tschüss bis zum nächsten mal